Das ist das Absenkautomaten, mit dieser Kaffee. Hör doch auf! Ne, du meinst du wieder nicht? Du kleiner Strischer, du... Hör auf! Möchtest du mir gleich zu Ulva? Möchtest du mir gleich zu Ulva? Hör doch auf! Mach die Steckdose rein, jetzt hock ich mich ein. Möchtest du schon mal? Möchtest du mal zu Ulva? Möchtest du mir? Sittin! Cool chair! Hallo! Hallo! Kisschen! Äh, verdäifelig! Für Hiroshima, wenn die Paula schlägt, Hiroshima sagt... Hau! 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 yuan! Hau! laus hat er wirklich zweimal ich konnte es nicht verhindern er kann doch allein hier auf den tisch springen doch das spielt immer doch gerade hoch das hat das ding er folgen immer hier drauf der springt immer hier auch hier zwischen stuhl und rücken und dann spielt er auf den tisch wir müssen die richtung raus machen Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist er? Oh, yeah. Ja.